Mit einer gezielten Zellenformatierung kannst du nicht nur die Lesbarkeit deiner Berichte verbessern, sondern auch die Aufmerksamkeit auf wichtige Daten lenken. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie du die Zellenformatierung in SAP Analytics Cloud effektiv einsetzen kannst, um deine Daten visuell ansprechend zu präsentieren und aussagekräftige Dashboards zu erstellen. Dazu habe ich bereits das SAP Analytics Cloud geöffnet und werde uns einen Bericht öffnen, an dem wir uns diese Zellenformatierungen näher ansehen. Und zwar den Sample Revenue Analysis Bericht. Dieser beinhaltet einige Grafiken und Auswertungen. Und wir werden diesen Bericht bearbeiten. Ich klicke auf Bearbeiten und wechsle von der Summary Page auf die Analysis, wobei hier soweit keine Tabelle vorhanden ist, deshalb wechseln wir in die Sales Manager Overview. Darin haben wir nun eine Tabelle, an der wir uns experimentieren mit den Zellenformatierungen. Dazu selektiere ich nun diese Tabelle und öffne den Designer. Der Designer befindet sich hier rechts oben und damit kann ich einerseits die Tabelle mit Daten konfigurieren und die Struktur der Tabellen, das ist mehr das Mechanische und das Optische lässt sich hier öffnen, wo sich der Farbindel befindet. Ich klicke auf Formatierung und befinde mich nun für diese Tabelle im Formatierungsmodus und kann dort jede Menge an Optionen einstellen und konfigurieren. Beispielsweise die Hintergrundfarbe ist aktuell nicht angegeben, aber diese könnte ich hier entsprechend ändern. Wenn du einmal eine Option ausgewählt hast, die dir nicht gefallen oder du nochmal zurückgehen möchtest, so gibt es hier in der SAP Analytics Cloud das Zurücksetzen. Des Weiteren kann ich hier nun Rahmen, wie man sie auch in Excel und anderen Berichtstools kennt, angeben. Zum Beispiel diese hier, um das gesamte Tabelle einfach grafisch schöner darzustellen. Dann gibt es hier noch Optionen, eben wie den Stil dieser Rahmen, sowie Linienstärke und so weiter und Eckradius. Das ist ganz interessant. Ich werde nun aber keine Rahmenlinien anwenden und werde als nächstes die Tabelleneigenschaften vorstellen. Dann gibt es nun auch Vorlagen. Damit kannst du dir etwas Zeit sparen. Und zwar gibt es hier Vorlagen, die beispielsweise Standard, Berichtslayout, alternierende Zeilen oder auch einfach vorheriger Standard. Wie sieht das zum Beispiel mit den alternierenden Zeilen aus? Somit, wie man hier sehen kann, lassen sich diese Zeilen viel besser lesen, die einzelnen Zeilen. Wie gesagt, die kann hier auch auf den Standard wieder zurückgehen. Und die Tabelle befindet sich wieder im ursprünglichen Format. Nun, eine ganz interessante Option, und zwar diese Füllfarbe für bearbeitbare Zellen. Diese Option ist dann interessant, wenn du Planungen in der SAP Analytics Cloud vornimmst. Wenn du Planungen oder Planungslösungen anwendest, dann ist es so, dass du definieren kannst, ob denn diese Spalte, zum Beispiel Q1, bearbeitbare Zellen beinhaltet. Sollte das der Fall sein, so könntest du das farblich nochmal explizit hervorheben, was die Navigationorientierung für den Anwender erleichtert. In unserem Fall ist es keine Planung und deshalb bleibt diese auch leer. Dann gibt es auch noch eine nette Funktion, die Füllfarbe für aufklappbare Symbole. Damit ist dieses größere Zeichen gemeint, hier oben. Damit kann ich ja weiters im Quartal herunter navigieren. Und ich könnte zum Beispiel hier auch eine etwas knalligere Farbe wie Rot verwenden. Und man sieht, dass nun diese größere Zeichen mit dieser Farbe ausgestattet sind. Dann kann ich noch auch auf die einzelnen Bereiche und auch auf eine einzelne Zelle eine Formatierung vornehmen. Grundsätzlich kann ich beliebig diese Zellen hier selektieren und sagen, diese möchte ich jetzt nun vom Stil her Fett angedrückt haben oder auch eine andere Schriftart, eine andere Größe. Zum Beispiel könnte ich hier diese Rot formatieren und habe dann auch noch Möglichkeiten, hier eine bestimmte Füllung nur für diese Zellen zu hinterlegen. Und wie man sehen kann, gibt es hier jede Menge Optionen auf dieser Zellenebene. Wie gesagt, ich habe hier nur diese Zellen markiert. Und ich kann diese auch wiederum markieren und die Füllung herausnehmen. Und dann gibt es auch noch hinsichtlich der Linien. Das überspringe ich jetzt mal zunächst. Aber auch das Zahlenformat kann von Interesse sein. Zum Beispiel hier geben wir den Net Revenue aus in dieser Tabelle und haben auch die Möglichkeit der Skalierung. Zum Beispiel unformatiert bekommen wir die vollständige Kennzahl. Wir können diese aber auch, wie gesagt, formatiert darstellen im Millionenbereich. Hier wäre es natürlich sinnvoll, wenn man eine Skalierung vornimmt, dass man das auch in der Tabelle dann vermerkt, dass bereits eine Skalierung vorgenommen wurde. Man kann das auch so, in diesem Fall, denke ich, wenn man hier auf umformatiert, okay, funktioniert jetzt nicht. Oder vielleicht auf automatisch. Nein. Wie dem auch sei, gibt es auch noch die Option vom Skalierungsformat, dass man diese mit angeben kann. Hier müsste man sehen, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber grundsätzlich ist das auch eine sehr nette Funktion, dass man sozusagen diese Abkürzungen auch direkt in der Zelle mit anzeigt. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die Währungen, die man entsprechend auch in der Zelle, sowie desimalstellen kann man auch ebenfalls hier definieren. Und ja, auch von Interesse könnte es sein, das Zeichen zum Beispiel, wenn es ein negativer Betrag ist, mit einer Klammerdarstellung und nicht mehr einem Plus-Minus dargestellt wird. Oder mit einem Plus-Minus-Darstellung. Wie du siehst, gibt es hier sehr viele Optionen, die du sozusagen in der Tabelle im Formatierungsbereich vorfindest. Und ja, das Motto ist, sei kreativ und experimentiere mit verschiedenen Formatierungsstilen, um herauszufinden, was am besten zu deinen Daten und deinem Publikum passt. Teste verschiedene Farben, Schriftdaten und Layouts, um die optimale Darstellung zu finden. Ich hoffe, ich konnte dir damit diese Option näher bringen. Und falls du Fragen hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Mich würde auch interessieren, welches Format oder Stile du gerne verwendest und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute und viel Erfolg.